Ich hatte einen sehr schönen Einblick in das Leben eines Redakteurs, den ich sonst wahrscheinlich nicht bekommen hätte. Ich hätte nicht Einblicke in eine richtig riesengroße Redaktionssitzung haben können. Ich hätte nie was von Vereinen gehört, die täglich E-Mails an den Hannauer Anzeigerschein, um ihren Verein zu präsentieren. Ich habe viel über den Schnitt gelernt, dass eben so viel mit Film gearbeitet wird, auch wie viele Programme genutzt werden, um eben das Endergebnis zu bekommen aus der vielen Arbeit, die da reingesteckt wird. Also ich kenne das schon aus dem Hannauer Anzeiger. Natürlich steckt in jeder Ausgabe das Herz des Redakteurs und der daran gearbeitet hat, aber das nochmal vor Augen geführt zu bekommen, dass es in anderen Bereichen auch so ist.